So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei Total War Warhammer 3. Weiter geht's mit Azarzel oder auch mit Slaanesh. Immer noch Live, Let's Play, Let's Play, Twitch gestreamt. Fühlt man natürlich hochgeladen. Und ich bin mir gerade am überlegen, was wir hier denn machen. Ob wir den hier angreifen, den guten Throck. Das Witzige ist, er kann nirgendwo mehr hinfliehen. Wenn wir ihn jetzt besiegen würden. Ich meine, er steht gerade perfekt, ne? Wir können ihn attackieren. Kann man eigentlich irgendwie dieses Verführen wieder reduzieren? Oder ist das im Grunde ein unabwendbares Schicksal? Du kannst Verführen reduzieren. Also wenn du zum Beispiel gegen Slaanesh kämpfst. Oder einen Anhänger von ihm. Also, wenn du gegen Slaanesh kämpfst, ist das ziemlich stark. Wenn du gegen Enkari kämpfst oder gegen irgendjemanden, der Slaanesh anhängig ist und verführen kann. Äh, gibt es auf der Gegenseite, ähm, für den Kommandanten einen Anhänger, der die Kosten für die Verführung erhöht. Also den Widerstand. Du kannst es nicht komplett abwenden, aber du kannst den Preis nach oben treiben, dass es schwieriger ist, jemanden zu verführen. Also, dass die Kosten weiter oben sind. So, ähm, wir machen nochmal schnell einen Manticore rein. Und ich überlege gerade, ob ich tatsächlich mit, äh, mit dem Troll gehe. Komm, Riesen hier, playthings. Nehme mir den noch mit. Und den ballern wir noch schnell hier rüber. So. Ich habe dafür das Geld nicht. Oh Gott, da fehlt mir ganz, ganz wenig viel. Super kacke. Aber ich kann doch sicher von meinem, von meinem Basalten hier ein bisschen Geld nehmen, ne? Ah, wunderbar. Machen wir mal 350, geht das? Ne? Nein. Dann mal 280. Ja. Geschenk von meinem Untertan. So, und den schmeißen wir noch schnell hier rüber. Der wird zu so einem. Weil die hier, die will ich ab der Höhe hier rüber, zu den Lanzenreitern werden lassen. Und die hier, die gehen nicht hier rüber, die gehen einfach hier, Entschuldigung. Die gehen nicht hier rüber, die gehen einfach hier hoch. Die werden zu den Halepartisten und so. Gut. So, da wir ihn attackieren können, weil er gerade so schön da steht. Ah, wisst ihr was? Jetzt habe ich gar kein Geld, um noch was zu verführen. Nicht Depp. Ich wollte eigentlich noch Geld sparen. So, aber wir haben einen großen Vorteil. Und das ist das, was die meisten nicht so auf dem Schirm haben. Der Wald ist für große Einheiten ein riesiges Problem. Deswegen kämpfen wir das selber. Sorry, ich meine dieses Fraktionsverführen. Du weißt gerade die Ingame-Sache nicht. Achso, über die Diplomatie. Was meintest du? Ähm. Also, Slanish kann, glaube ich, menschliche Spieler nicht verführen. Das heißt, wenn du gegen die KI kämpfst und die versucht, dich über Diplomatie zu verführen, das geht nicht. Ähm. Das geht nur bei der KI. Wenn du aber im Coop spielst, also du spielst gegen jemanden und der verführt einen Verbündeten von dir, da kannst du als Gegenspieler wenig machen. Da gibt es wenig Möglichkeiten. Du könntest der jeweiligen Fraktion Gebiete schenken, damit sie mehr Gebiete hat, um einen höheren Widerstand zu haben. Das würde gehen. Aber ich glaube, das war es auch schon. Ich glaube, viel mehr Möglichkeiten gibt es da leider nicht. Zumindest fällt mir nichts ein. Also, hier werden wir jetzt einfach die ganze Zeit reinzaubern, bis er so sauer wird, dass er auf uns zurennt und dann im Wald kämpft. Denn, das wissen viele, nicht zu Genüge zu schätzen, im Wald gibt es nämlich die sogenannte Waldstrafe. Große Einheiten können hier schlechter kämpfen. Muss ich kurz gucken. Können wir das? Ja, hier. Also, ähm, der Troll, die, 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 die Riesen zum Beispiel sind große Einheiten. Seht ihr die Strafe, die er hat? Minus 80% Nahkampfangriff. Er hat nur noch 20% seines ursprünglichen Nahkampfangriffs. Das ist lächerlich, wirklich. Und ich meinte, wenn der Manticore landet zum Beispiel, zählt das für ihn auch. Muss kurz gucken. Was macht denn der jetzt wieder? Nein, für ihn nicht. Aber Trolle müssten davon auch betroffen sein. Das heißt, wir werden hier gemütlich in diesem Wald warten. Werden hier ein bisschen nach vorne gehen und werden ihn die ganze Zeit zuzaubern. Und wenn dann seine Trolle kommen, na, gute Nacht. Die können nämlich dann in dem Wald nicht mehr viel anrichten. Danke für die Erklärung. Gerne, gerne. Danke für die Frage. Und da, gerne. Und dann geht's. Das ist der Punkt. Da, gerne. Das wurde ich. Da, gerne. Da, gerne. Da, ge einen. Ja, gerne. Ja, lässt sich die KI provozieren, in der Regel schon. Da seht ihr es, das sind sehr, sehr viele große Trolle und vor allem hat er hier auch noch Sperrwerfer. Sperrwerfer treffen ja im Wald auch die Bäume, das heißt auch die Geschosse werden teils abgefahren. Wir nutzen also den Wald effizient. Und wenn wir mit Magie genug Schaden anrichten, könnte es bedeuten, dass er dann vorbeikommt. Und er uns angeeilt. Weil die KI lässt sich da auch durchaus gerne mal warten. Ja, 15 haben wir noch. Sieht aber schlecht aus für uns. Wir können versuchen hier noch ein bisschen, wie viel Reichweite haben die? 90, wir haben 80. Jetzt bewegt er sich. Wir gehen mal fix mit allem zurück. Also die Idee ist so, dass die Angeschwächten hier ein bisschen hinter dieser Linie stehen. So, und das letzte penumbrische Pendel sparen wir tatsächlich noch auf. Also wir lassen ihn kommen. Wir nehmen den Großen mal zurück, den Chaos Riesen. Der verbreitet nämlich Angst und Schrecken. So, da kommen sie. Wir müssen jetzt eigentlich die Mali haben wegen dem Wald. Obwohl, ich bin nicht sicher. den Marien austauschen. In der Schreckung... ... die Erlen stehlen die Totschaft. Das ist das auf der Schlecke. Ich bin nicht sicher. Die Schlecke angeht. Die Erlen sind aber einfach nicht. Sie haben sich in der Schlecke. Sie müssen zu schlafen. Es ist das bei Schlecken. Obwohl, ob es die Schlecke? Es ist das bei Schlecke. So, ich versuche die ein bisschen näher ranzufahren und die sollen natürlich Trolle losgehen hier. Zauberkräfte, aber Eigenschaften wo sind das? So, wir ziehen hier durch mit einem Pernobischen Vendel, ich hoffe er fliegt gerade. Sehr schön. Geh mal schnell hier rein und die zu dürfen bitte. Ich bin der Ansicht, dass die Trolle nicht so viel anrichten können, wie sie sollten. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, ob die im Wald... Sind es Waldläufer? Ich höre das nächste gelegene Ziel an. Das kratzt mich hier gerade ab. Nichts wirklich, ne? Die hier holen, auf den Boss gehen. Die werden nochmal wieder kommen, deswegen bauen wir hier kurz ne Linie auf, ne neue. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich wollte eigentlich alle hier in die Gruppe sperren machen, damit die dann Schaden anrichten können. Aber das war falsch. Zurück, 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 zurück. Weil da kommt nochmal Trolle, ich will den Wald haben. Okay, Mauso, du musst da weg. Nein, nur die. Sucht hier nach hinten, die zu holen, bitte. Die schwarzen Gäste regeln mich! Hey Zonk, grüß dich. Sehr süß. So, jetzt ist es ein bisschen schwierig zu entscheiden, nehme ich die Seelen oder halt die Ding. Normalerweise Einheitenerfahrung nehme ich gerne, wenn es wenig Truppen sind, wenn die Verbände klein sind, weil... Naja, der Bonus ist immer gleich, egal wie groß die feindliche Armee ist, aber bei den gefangenen Opfern, da ist halt je größer die feindliche Armee ist, desto mehr holen wir da raus. Ja, machen wir. Dann haben wir nämlich auch genug Seelen, damit Mauser den Pfad des Ruhmes wählen kann. Ich würde ihn eigentlich fast gerne den Schatten verschreiben. Mauser, ich würde dich gerne den Schatten verschreiben. Und das machen wir jetzt auch zusammen. Du bist jetzt offiziell den Schatten verschrieben. Mit Decadence. Seeking hidden Delights. The Exalted Betrayer. Den hier und wieder das penumbrische Pendel. Und ich nehme dir nochmal schnell das Reit hier weg. Das ist eine Kostenfrage. Die Kontrolle in lokaler feindlicher Provinz, naja. So, Erzatzlo. Mal mit dem. Ich wollte hier noch seliger Rausch machen, dass jedes Mal, wenn er die Peitsche schwingt, dass der Nahkampfangriff für alle ein bisschen erhöht wird. Finde ich eigentlich ganz gut. Perfektes Streben. Nahkampfangriff plus 5 für hinzugefügte Helden. Sehr stark. Ein gefundenes Paradies. Was ist der Unterschied von der Verschreibung? Äh, die Form der Magie. Und wem er angehörig ist. Dadurch, dass er jetzt hier dem Chaos angehört, kriegt er halt ungeteilte Autorität. Währenddessen er hier für Slaanesh Autorität gibt. Das hier ist Schattenmagie. Auch mit der Schattengrube. Das ist ein wahnsinnig starker Zauber, besonders wenn die Truppen zusammenstehen. Äh, ja. Das ist eigentlich der Unterschied. Waffenstärke. Wir haben Throg besiegt. Schön. Und ne Waffe gekriegt. Schön. Und er hat jetzt ein Siegelchen drauf. Darkling Prinz. Ich würde ihn eigentlich möglichst gerne möglichst schnell unterwerfen. Ich bin gespannt, ob mein Vassal das schafft. Also wir werden hier den Monolith des Fleisches natürlich holen. und werden den dann freilassen, den Vassalen, damit wir dann noch einen Vassalen haben. Ich wkele mich um ein Weg, das von einem Vassalen ist, um die Imperfectung in allen Sehen zu transcendern. das mal der Slaanesh, dann würden wir eine Slaanesh-Bestie kriegen. Gerade falsch rum gemacht. Ach, ärgerlich. Ne, gut. Und so ab Rang 7, ne? Wir sind jetzt erst bei 4. Den hier können wir aber upgraden. Hier hin? Und wie sieht es eigentlich hier aus? Ab Rang 6, er ist 4, also 2 noch, ne? Und? Wir rennen hier runter. Also eine Möglichkeit wäre auch, ihm das wegzunehmen, Militärgebäude reinzubauen, es ihm abzugeben und dann ihn als Vassal zu holen, ne? So, so. Würden wir wieder Truppen verlieren? Ich kämpfe natürlich selber, ich will ja keine Truppen verlieren. Ich bin als der Werteurer unterwegs. Wir sind als der Werteurer unterwegs. So, wir setzen uns mal hin. Schön so einen Tisch zu haben, herrlich. So. Also, dann nehmen wir mal die starken Jungs, die nicht so angefragt sind, nehmen wir hier in einer Reihe. Hier gehört noch dazu. Den Rest, der hier ein bisschen gelitten hat, den schmeißen wir dann nach hinten. Hier kommt mir hier hin. Und hier kommt mir hier hin. So. Die Verstärkungsarmee ist nicht schlecht. Was ihm aber ein bisschen, ein bisschen fehlt, sind ähm... Distanzkollegen. Ich weiß nicht, warum der jedes Mal ausrastet. Achso, Trefferpunkte unter 75%, dann kann der teilweise einfach randalieren. Ich verstehe. Ich verstehe. Achso, das ist übrigens Mauser jetzt. Das ist unser Hausriese. Dem geht's nicht mehr so gut. Also, die Gesichter und so. Das ist irgendwie ein bisschen näher. Magst du, wo du dich fühlst? Sag mal, oder? Geh' dich auf die Erde. Azazel, Prinz der Ver synderanz. Das argale Gefahr des Slawners. Geh' dich auf die Hände. Seid'e von Slawners. Geh' dich auf die Hände. Geh' dich auf eine Panzer. Er hat ein Fail genommen um den Hals. Ja, es glaube ich kann Felgen. Wage ich's überhaupt. So, hier hinten die Manticore rein. Let's go. Slaanesh! Slaanesh! Hear my call! Watch me fly! Time to die! Indeed, my prince! Tief durchatmen! Oh, der hat hier gar nicht viel Spielraum, sehe ich gerade. Wir gehen hier nicht mehr aus und töten. Da machen wir nicht. Rein da. Lass sie die Speere nicht werfen. Der Manticore kann von mir jetzt rauf gehen. Den haben wir einfach nur dabei. Also der ist nur ein Füller, eine Füllereinheit. Damit die drüber fliegen können und die Distanzkämpfer binden können. Ja, jetzt ist er weg. Hübsche Bursche, mega toll. Servus, wie geht's? Gut, danke. Selber. So, wir zaubern hier immer mal wieder. Wir zaubern hier immer mal wieder rein. Wir zaubern nicht rein. Wenn wir hier rein zaubern würden, dann würden alle den Bonus, den Bonus kriegen hier. Dieser selige, dieser selige Rausch, der hier. Also alle. Auf dem ganzen Schlachtfeld, ne? Mehr Nahkampfangriffe und so. Es lohnt sich schon. Deswegen habe ich Slanesh, äh, habe ich Azazel, Azazel bis dahin geupdatet. Damit er einfach diesen, diesen Zauber immer wieder aktiviert. Oder die Verstärkung der gesamten Truppe aktiviert. Wenn er zaubert. So, schade um den Manticore. Aber ist kein Weltuntergang, weil die lassen sich relativ schnell wiederholen. Könnten wir ausrauben? Ah, ich kann's der anderen Fraktion gar nicht geben. Ich kann die gar nicht zum Leben erwecken, ne? Aber wahrscheinlich lebt sie noch. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Reichweite wir hatten. Nein, wir besetzen es einfach mal. So, Frieden. Und dafür gebe ich dir den Monolithen wieder. Monolith des Fleisches. Müssten wir fast umbenennen in Monolith der Fleisches Lust. Okay, das scheint ihn relativ wenig zu interessieren hier. Ich habe gesagt, du willst zu sprechen. Wie überraschendend. Ich war für eine Kampf. Ah, wir könnten ihn zum Vasallen machen. Dafür müssten wir ihm noch den Krieg erklären wahrscheinlich, ne? Dann hätten wir ihn als Vasallen. Wir könnten direkt auf ihn losgehen. Ich kann es mir aber fast nicht leisten, noch eine neue Armee auf den Boden zu stampfen. Um den Kampf noch aufzunehmen. Ich will sie noch auszunehmen. Ich will sie noch auswählen. Drei. Na gut. Man hat das ja noch ein bisschen Zeit, ne? Kann ich eigentlich die Hauptprovinz ändern? Ich habe langfristig das Gefühl, der mag mich nicht. Die Orthodoxy. Der wird uns irgendwann in Krieg erklären. Gut. Was machen wir jetzt? Wir hätten die Möglichkeit, dass über Stufe 12 jetzt die Fähigkeitspunkte sparen. Um danach hier einfach alles direkt freizuschalten. Und dann hier schon hoch, ne? Belustverstärkungsrate fraktionsweit ist schon sehr gut. Charakterfahrung für alle ist halt auch schon sehr gut. Ich glaube, wir lassen ihn hier, wir graden ihn hier gar nicht mehr groß ab. Einkommen durch Überfälle, Zerstörung. Hier hin wäre noch interessant. Ne, wir sparen mal die. Ballern dann alles auf einmal hoch. So, Auskundschaften finde ich sehr gut. Ich bin neugierig, was mein Vasal macht. Du bist wie ein Figment in einem Kindesdrehen. Wenn du dich mir unterwehrst, bin ich voll dabei. Nein? Okay. Ich glaube, bei der Zitadelle wird er ja sein, ja. Aber die dunkle Zitadelle wollen wir ja behalten. Azizel ist in zwei Runden da. Ja, wir bleiben mal bei 19. Ah, jetzt hat er sich das geschnappt. So ein Sack. Jetzt können wir den anderen gar nicht mehr unterwerfen, hm? Der macht hier gar nichts. Das gebrochene Rad. Oh nein. Der würde sich aber unterwerfen lassen. Dann würde ich ihm die richtigen Angebote und Versprechungen machen. So. Rang 5. Einen Level bräuchten die noch. Die hier. Hier wahrscheinlich das gleiche. Und die müssten dann glaube ich sieben sein oder sechs. Die bräuchten noch zwei, wenn ich einen zu den Reitern upgraden will. Der bräuchte auch noch eins. Dafür müsste ich aber heillose Waffe. Wo haben wir es denn? Hier müssten wir hin. In zehn Runden erst. Danke. Ob ich die Züchter-Dudes schon habe. Ich habe mich... Also das Cleverste wäre, dass wir mit ihnen einen Nicht-Einriffs-Bug machen oder so. Aber ich habe mich da jetzt mal dagegen entschieden. Mal gucken wir, was passiert, wenn ihr das nicht macht. Ich bin die Züchter. Dementsprechend lassen wir die einfach mal da. Ein guter Move ist, wenn man relativ früh auf die geht natürlich. Oder sich mit ihnen verbündet. Das liegt ja auch im relativ guten Bereich. Machbaren Bereich. Naja, wir nehmen hier immer noch schnell ein paar Chaos-Hunde mit. Das ist nur für den Fall. Nur für den Fall. Der Troll soll für mich gehen. Der Troll soll für mich gehen. Zeig ihnen, dass sie vom rechten Weg abgekommen sind. Wir könnten ihn verwunden. Oder kriegerische Verbindlichkeiten. Nahkampagne für alle Armeen. Ist auch nicht schlecht. Nein. Er wird bestraft. Ich habe das Potenzial, das größte zu werden. Und sicher ist es so. Das hast du, mein guter Herr. Das hast du! Eigentlich sollten wir mal langsam anfangen, hier noch irgendwie was zu machen. Bewegungsreichweite, Unterhalt, Schlachtverstärkung. Ne, so weit so gut, hm? Achso, er hat ihn direkt besiegt. Und komplett unterworfen. Ich sehe es jetzt. Ja, wie sieht es eigentlich aus? 170. Ist halt schon krass viel. Jetzt haben wir hier drin. Ein Schmiedehaus. Okay. Ein knapper Sieg. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, hat er hier noch was drin? Äh, ja, wir machen mal mit Autoschlacht. Wir besetzen es. Wir besetzen es, damit es auch ausgebaut bleibt. Das macht keinen Unterschied. Und dann bauen wir die Blutgründe rein. Weil Militärgebäude für die KI immer sehr wertvoll ist. Und dafür gebe ich dir den Altar wieder. Nein. Nein. Gut, wir müssen den hier an dieser Stelle unterwerfen. Das heißt, wir werden hier dann gleich rüber rennen und ihn da angreifen müssen. Anders lässt sich der nicht belehren. Kriegerzauberer. Let's go. So, schön, haben wir upgrade. Also, ich habe ein bisschen Schiss vor der Orthodoxie. Deswegen bauen wir hier mal Verteidigung rein, ja? Ja, wir bauen hier Verteidigung rein, dass wir hier sicher genug haben. Das große Glück ist, dass wir bereits einen Außenposten drin haben und schon zwölf drin haben. Bauen hier aber nochmal fünf Gruppen rein. Damit sind recht viele drin. Und wenn jetzt hier irgendwas schief geht auf der Seite und er kommt, können wir hier noch schnell einen Kommandanten ranholen. Können dann noch ein paar von denen hier ranholen und dann ist der Turm verteidigt, ne? Das ist jetzt unser Ziel, vor allem. Ist da niemand anderes rein? Nein, okay. Dann holen wir den hier. Und verkaufen ihm dann alle Siedlungen wieder zurück. Und er gibt uns einen Haufen Kohle dafür. Und vielleicht können wir dann eine zweite Armee noch machen. Uh, die Legion des Chaos greift auch noch Winterzan an. Der Arme. Der Arme, der Arme. Da kommen die Bären. Bisschen spät zur Party, aber okay. So, willst du, willst du nicht? Nein, das reicht ihm nicht. Ja, dann. Halt mit Gewalt, ne? Einen Moment noch schnell. Kann ich ja schon upgraden, ne? Da ist Bär ja verschwendet, wenn die das jetzt nicht täten. Weil die kriegen ja auch, also die kriegen, ganz kurz zur Erklärung. Die sind jetzt gerade Stufe 5 geworden. Und jetzt können wir sie upgraden, ne? Wenn wir das machen, dann kriegen die wieder 0. Das sieht man gerade noch, ne? Das heisst, es lohnt sich die immer möglichst schnell, eins weiter abzugraden, wenn man denn kann. So wie hier auch. Zack. Und das direkt runter ist jetzt, ne? So, ein entscheidender Sieg. Autoschlacht. Und wir unterwerfen ihn. Wir könnten sie auch ausrauben und ihn dann nachher nochmal unterwerfen. Nein, wir unterwerfen direkt. Die haben gar keine Bewegungsreichweite mehr. So, und da er jetzt Teil unseres Reiches ist, müssen wir ihn natürlich wieder stärken. Das machen wir gleich. Kriegszaubere eigentlich die richtige Entscheidung. Ja, Grundchance auf Kontrollfluss. Vielleicht hätten wir doch lieber das machen sollen. Dann hätten wir nämlich die Schattengrube über-über-casten können. Das ist auch nicht schlecht. Mit beim Wirken eines Zaubers ausgelöst. Füllt Rämpferpunkte von Kämpfern aus. Slanesh Seelenfresser. Der Blitz. Geschwindigkeit für die Armee und Angriffsbonus plus 5 für die Armee. Betörende Energie. Natürlich machen wir das. Das verstärkt ja unsere Reiter dann auch nochmal um 5 Angriffen. Und das wird ja dann verdoppelt, wenn sie von der Seite rein reinen. Ja, hallo, Mauser. Dankeschön. Super. So, Alter der Brut. Geht zurück an ihn. Und dann... Das Obsidian hier oben nach. Monolith des Fleisches. Oh, ja. Und damit ist er wieder gut bei uns dabei. Und vor allem, jetzt kommt der wichtige Punkt. Dadurch, dass wir ihm Sachen gegeben haben, geht das wieder hoch. Eine Siedlung einer KI zu geben, interpretieren die als Geschenk. Selbst wenn man bezahlt. Ne, also selbst wenn sie uns Geld geben. Das heißt, wir machen jetzt 80 plus diplomatisch, weil wir ihm die Siedlung ein Video gegeben haben. Auch wenn er dafür bezahlt hat, war er sehr dankbar. Und halt, weil er jetzt auch Vasall ist und so weiter und so fort. Das heißt, im Grunde genommen wird der sehr happy sein, dass er jetzt für uns kämpft und uns dient. So, wir bauen hier noch schnell das Geld aus. Und... schnellere Wachstum. Ich will das ja ausgebaut haben, möglichst schnell. Und jetzt ist die Frage, hole ich noch eine zweite Armee ran? Oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir ziehen mit ihm alleine durch. Weil so viel Geld haben wir nicht für eine zweite Armee. Was? Ah, warte. Nö, die müssen Goldstufe sein. Okay. Einen Erlass verteilen. Wie sieht es eigentlich hier mit der Slanesh Korruption aus? Super, dann können wir das nämlich hier ändern. Dann gehen wir hier auf... Mehr Kontrolle. Und Einkommen von allen Gebäuden. Und das hier geht, glaube ich, von alleine hoch. Wir machen auch hier mehr Einkommen von allen Gebäuden plus 5. Und öffentliche Ordnung. Weil höhere öffentliche Ordnung auch für mehr Wachstum sorgt. Skafen Artillerie wäre schon ein super Upgrade. Für mich, ja, das wäre sehr cool. Also die ganzen Skafen Artillerie Sachen und so, wäre natürlich nice. Aber ich ziele derzeit nicht auf... Auf Skafen Katapulte ab und so. Klar, man könnte sie natürlich unterwerfen. Dann würden sie mir die Sachen auch stellen. Ist halt ein bisschen die Frage, ob ihr das wollt, Chat. Wenn ihr sagt, ja bitte macht das. Ist mega cool. Dann machen wir das. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Bewegungsreichweite wollte ich jetzt gerade machen. Machen wir jetzt. Kostet alles ein bisschen mehr. Das habe ich jetzt eine Runde zu spät gemacht. So. Alles muss unterworfen werden. Ich verstehe die Frage nicht. Ähm, ich hätte sie ausgelöscht. Darkling Prinz. Das sind elendige Ratten. Ich werfe dafür ungeziehte Vernichtung. Wer will Ratten unterwerfen? Ja. Also ich... Mein... Mein Gedanke war eigentlich, wir unterwerfen alles, was wir auch an uns binden können, über die... Über die Verführungsmechanik. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Die Ratten gehören da halt nicht dazu. Schwert bucht. Die unverdorbenen Sklaven in einer Region der Fraktion Bruderschaft des Bären leisten Widerstands. Sie wollen sich den dunklen Göttern nicht fügen. Eine rasche Strafe ist vonnöten. Hm. Eiserne Faust. Beschlachten Sie, erlauben. Unsere Herrschaft ist umangefochten. Dissbarn, Fools. Dissbarn, Fools. Ah, nein, die kommen, die werden nur zu diesen verdammten Monstern, das meine ich. Ja, Chat, also, Skaven unterwerfen, einen einzelnen Chat schreiben, Skaven nicht unterwerfen, sondern auslöschen, den zweiten Chat schreiben. So, 3000, wer liebt mich denn, wer gibt mir Geld? Na, dich hat mir schon gefragt, ne, wir fragen nach Winterzahn. Kade. Eins, eins, zwei, eins, eins, zwei, eins, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, eins, okay, das ist recht eindeutig unterwerfen. Dann machen wir das. Wir könnten der Orthodoxie sagen, wir helfen dir gegen die Skaven und so, ne? Wir könnten dem Eishof sagen, wir helfen ihm gegen den Züchterclan. Und verführen so den Eishof und unterwerfen dann langfristig durch den Kampf die Dinge. Ich glaube, er hat uns zugehört. Er hat uns zugehört. Ja, also wir könnten ihn so unterwerfen. So, wie er zu uns gehören. Ich meine, wir könnten die auch rausnehmen, das würde immer noch gehen. Wir können wahrscheinlich sogar die rausnehmen, das würde auch noch gehen. Wahnsinn, okay. Würde es auch so rumgehen? Ja, wir könnten dem Rollmops-Clan den Krieg erklären, ihn als Vasallen machen. Dann ist auch er mit dem Rollmops-Clan im Krieg. Den Eishof schalten wir dadurch aus. Indem, dass sie nicht mehr mitkämpfen. Und dann sind die offiziell unsere Vasallen. Gut, ihr wolltet das? So, damit ist er jetzt unser Vasall und er kämpft nur noch gegen den Rollmops-Clan. Also, wir bauen dann da natürlich einen Außenposten rein. Keine Frage. Der rote Schädel kämpft gegen die. Natürlich erklären wir den Krieg. So, abschlachten. Die rauben sie aus, um die Einheit in Erfahrung zu kriegen. Ja. Und dann machen wir unerreichte Schönheit. Wir haben die Fähigkeit Versucher. Kosten Winde der Magie für Phantas... Phantasmagorie? Keine Ahnung, was das macht. Ah, kann sich nicht bewegen. Interessant. Dann. Strebe nach Perfektion. Charakter-Erfahrung plus 15%. Alle Helden. Nachkampfangriff für Helden in der Armee. Passive Fähigkeit Seelenfresser. Wird beim Wirken eines Zaubers ausgelöst. Damit kriegt er Lebenspunkte wieder und wir kriegen mehr Seelen. Äh, Fraktionsweit, Kontrolle, Dings. Das ist gut. Ne, wir machen eine ekstatische Bewunderung und dann nachher können wir hier rüber. So, Mauser, 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 Mauser. Wann machen wir mit dir jetzt? Das penumprische Pendel war natürlich noch besser und dann flitzen wir hier durch. Wir besetzen das. Und das geben wir dann in Sarlan ab, damit die wenigstens ein bisschen Boden unter den Füßen haben. Als nächstes holen wir die Verhängnisburg. Sehr schön. So, wir bauen jetzt ganz, ganz schnell bei der Höllengrube den Aussenposten rein, damit auch niemand anderes den Aussenposten da reinbauen kann. Also nicht, dass ein anderer Vassal bei ihm hier das reinbaut. Sehr gut. Gut. Dann wünsche ich dem Züchterklan viel Spaß. Ah, dafür bräuchte ich 3000. Die haben wir gerade nicht mehr. So, wir machen die ersten Helle-Ballisten. Verbessere drei Chaos-Barbaren oder Barbaren des Lanesch zu Chaos-Kriegern. Das hat uns 3000 gegeben. Das, was sie brauchten. Wunderschön, wundervoll. Und jetzt bauen wir hier... Das hier. Sind das Chaos-Krieger des Lanesch? Auserkorene des Lanesch. Gehören die Auserkorenen da auch dazu? Ich bin nicht sicher, ob das Sinn macht für alle. Das hier ist kein Platz für die Woche. Aber trotzdem kommst du. Northmen, komm! Die würden... Die würden wollen. Nur die Chaos-Krieger. Ja, das ist jetzt die Frage, ob das dann sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube nämlich dann nicht. Ein Hexer wäre noch cool für uns. Oder vielleicht ein erhabener Held, dass wir noch einen Agenten haben, den die rumschicken können. Keine Barbaren, keine Auserkunden, nur Hauskrieger. Na, dann lassen wir es weg. Darkling-Prinz. Ja, wir bauen hier das, damit wir den erhabenen Helden machen können. Damit wir einen Agenten haben, den wir rumschicken können und feindliche Kommandanten angreifen. Ich will nämlich... Also nicht alle, alle meine Helden werden in den Armeen sein. Wir werden Agenten rumschicken, die wir zu Spezialisten ausbilden, die in der Lage sind, feindliche Armeen anzugreifen, um ihnen das Mahl des Lanesh zu geben. Auserkorenen sind eine Stufe höher als Chaos. Ja, aber ich mag die nicht so. Ah nein, warte, Entschuldigung, wir reden von unterschiedlichen. Ich dachte jetzt, du meinst die Champions. Äh, die Auserkorenen, ja, das ist richtig. Das sind keine Chaoskrieger mehr. Deswegen profitieren die von dem Bonus nicht. Das habe ich schon verstanden. Uh, da sind 14 drin. Plus die da. Aber das wäre mega gut, wenn die die Armee schlagen würden. So, wir stimmen jetzt mal 500, 480 von dem. 450. So, wir treiben hier gerade Geld an. Ich finde deine Motive unklar. Welcher Master do you serve? Schade. Welcher Master do I serve? Nur mir selber. Captain of the Exmantik Legion. Hm. Also, wir kommen hin. Wir müssten halt gegen echt viele kämpfen. Also 29. Er würde mir einen Pyro Sieg sogar geben, Klaus. Klaus. Der ist der sich eigentlich aufgezehrt. Der ist ein Elf, ne? Der ist ein Elf, ne? Theoretisch, ja. Geht halt runter, Midi. Das ist halt schlecht. Ah ja, warte, ich wollte Ihnen das noch verkaufen. So war es. So, jetzt könnten wir noch was verführen. Etwas, was vielleicht ein bisschen tougher ist, ne? Das ist alles Narkam. Der anderen Seite, wir können es auch einfach durchklicken. Aber wenn der, wenn er als Wanderer halt irgendwo in der Nähe steht, ne? Also, wenn er irgendwo in der Ecke ist, dann habe ich kein Problem. Hm. Ja, wir verführen mal die Werfer hier, ne? Die kämpfen jetzt für uns. Und dann geben wir das selber Schlag. So, die brauchen alle noch eine Stufe. Dann können wir sie in die nächste Ebene nach oben ziehen. Dann wären es Hellebachlisten. Die müssen alle noch Goldstufe werden. Das dauert noch ein Stückchen. So wie die hier auch. Obwohl, die werde ich auf Stufe 6 dann zu Reitern machen lassen. Und die hier, die werden, das werden alles auserkoren, ne? Die Siedlung gleich aufgebaut. Ja, ist sie. Wenn wir das hier einnehmen, würden wir gewinnen. Nehmen wir das mal fix. So. Kaiser, danke schön, Winzer. Pahalüchen. So, ich lasse die hier so stehen. Die sind nur zur Ablenkung da. So, dann schnell die Drachenogre. Die habe ich noch nicht gezeigt. Die sind cool. Wir sind vor allem noch ziemlich stark. Dann haben wir hier die Babanjäger übernommen. Die sind verführt worden. Und seit neuestem die Chaoskrieger, die Hellebachlisten. Nice. Wisst ihr was, wir teilen die mal schnell. Wir schicken drei da rein und drei hier rein. Ich weiß nicht warum, aber da steht nix. Wenn wir mit den Drachenogren zusammen, macht ihr bitte das doch kaputt. Ihr geht hier hoch. Azazel unterstützt die mal. Du gehst wieder mal da ran. So, die lassen wir rein reiten. Damit die da von hinten liegen, die attackieren können. So. So, wir lassen die Bärenjungs zuerst mal auf die da schießen. Die sollen sich gegenseitig killen. Chaos Marauders! Yes Lord! Faster! Leidt uns zur Angst! Okay, das sieht eigentlich sowas für gut aus. Dann ballern wir hier mal eine Patsche drüber. Das hat wehgetan. Sehr sweet. So, wir warten die hier einfach ein bisschen. Und gehen da rein. So, wir drücken da einfach Schritt für Schritt drauf. Ja, wir sollen so ein bisschen drauf schießen, ist okay. Ja, geht halt in den Nahkampf. Das ist mir egal. Wenn die Stadt fällt, sind die eh weg. Und da... Aber die Drachenburger, die leiden hier unnötig. Warum bewegen diese verdammten Säcke sich da nicht hin? Ihr habt da hinzugehen. Ansonsten richte ich euch alle hin. Ich hänge euch an eurer eigenen Peitsche irgendwo auf in dem Land. Das ist vielleicht ein bisschen brutal, aber manchmal muss man halt... So, die können hier... Also, die werfen halt gegen die Schilder, ne? Dementsprechend wenig Schaden richten sie auch an. So, jetzt sollen die das machen, bitte. Ich weiß nicht, warum sie das nicht richtig angreifen. Ein bisschen brutal ist in Warner Bros. schon fast nett. Auch wieder, wa? Wir fliegen da jetzt rein. Gehen da nochmal außenrum. Den müssen wir gleich helfen gehen. Ich weiß nicht, was es hier ist, aber aus irgendeinem Grund... Ja, es wird verdammt nochmal wehtun da. Deswegen schicken wir die zwei schnell rum, um die da zu killen. Kannst du bitte das Tor einfach kaputt machen? Dankeschön, können wir nämlich alle hier rein. Und mit allen meine ich. Alle, alle, alle. Oh! This way! Legions this way! Dark Princess Minion! Helga! Fear our speed! Seeking Slanesh's Embrace! Televus Lata! Hörger! 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 Endless craving! We hunt! Gehen wir mal raus. Nicht so, dass ich hier gleich die Kontrolle verliere. Okay. Das wollte ich eigentlich verhindern. Voraus. Der Manticore kann von mir jetzt drauf gehen. Das ist das unbedeutend. Geht irgendwo, kratzt mir irgendwo gerade was ab. So voll in der Gänze, ne? Ja, der Manticore geht durch. So, wir gehen hier hinten durch und dann versuchen die da durch zu sneaken gleich. Die rennen wir schnell von beiden Seiten um. Das müsste eigentlich gut gehen. Oh, tut das weh. Oh, tut das weh. Sehr geil. So, du hast Pause. Ich mach mal den Turm kaputt. Das dauert alles viel länger, als ich eigentlich gehofft hatte. Du hast dich gehofft. Die dunkle Geist bräuchte mich! Du duu. 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 So, hier hin, damit wir die zwei Tüme noch killen. Auf, du bitte. Für den brauchen wir viel, viel zu lange. Aber ihr seht, wie lange die hier durchhalten. Das ist schon beeindruckend. So, ist eingenommen, brechen wir hier gleich hinten rein, damit die hoffentlich Panik kriegen. Vor allem auch mit den ganzen Bums hier zu entlasten. Damit haben wir die erwischt. Wenn ihr hier hinten reinfliegen könnt, mir vielleicht durchbrechen. Aber hier unterstützen wir mal schnell mit Azarzel. Ich will, dass die von beiden Seiten den Angriff kriegen. Flanker offen. Flanker angegriffen. Jetzt haben wir es. Gehen wir ein paar Schritte zurück. Ja. So, wieder rein da. Ja, die sind fast gar nicht klein zu kriegen, die hier, ne? Das ist wirklich krass. Sehr beeindruckend. Die halten da ein bisschen zu gut durch, finde ich. Vor allem, wenn die hier fliehen, fliehen sie, glaube ich, in die falsche Richtung. Was geht das eigentlich zu verhindern? So, wir nehmen die schnell rum. Wenn die hier außen rum gehen, können sie von der Seite reinrinnen und Schaden machen. und wir versuchen hier die Mitte zu holen. Einfach mal schnell alles hier in die Mitte, bitte. Ja. Und damit nehmen wir ihnen nämlich hoffentlich den Mut und die ganzen Verteidigungsanlagen. Von daher könnt ihr die abfangen. Könnt ihr ihr Platz machen. Das tat weh. Ich stelle dich mal da rein, damit sie dich nicht so einfach treffen. Ja, das ist das, was ich befürchtet. Also, dass wenn sie fliehen, fliehen sie in die falsche Richtung. Dann gehen wir schnell außen rum, bitte. Den killen hier. Die kriegen wir halt nicht. Die kämpfen seit einer halben Ewigkeit da, ne? Nichts wankt. Hier we go. Okay, hat weh getan, keine Frage. Trotzdem im Pyros Sieg gewesen. Aber zum Beispiel die hier, die sind alle noch standhaft. Das heißt, damit könnten wir nach wie vor noch eine Verteidigungsfront binden, bilden, wenn er jetzt in der Nähe stünde mit einer Armee. Weil wir sind ja trotzdem wieder in einer dunklen Festung, ne? Und die dunkle Festung hat dann ja halt Mauern und alles und Gänge. Und da können wir dann den Verteidiger einfach reinschmeißen. Die halten und halten und halten dann. So, wir besetzen es. Jetzt seht ihr es, jetzt ist eine dunkle Festung geworden. Ah, das hat gerade nicht gereicht bei euch, ne? Legendäre Seltner-Regiment haben wir gekrischt. Die könnten wir jetzt upgraden. Da fehlt aber die Technologie. Also erst in vier Runden können wir die zu den Lanzenreitern machen. So wie ich gerne hätte. Kapitän der Ecstatic-Legion. Die Ecstatic-Legion. Pfade des Ruhms, mindestens 25% Seelenkosten für das Verbessern von Charakteren zu Dämonenprinzen des Sanesh. Das machen wir. Und der Kuss der Schlange. Direkt Schaden. Ja, das finde ich gut. Machen wir auch noch. Wir machen, also wir lassen ihn zu einer rechten Bestie werden. Er soll da ordentlich reinzimmern. Also, dass man... Bestiensämmer. Dass wir da einfach Feinde rauspicken können. Helden, Zauberer und so. Und da soll er so ein bisschen die Stärke haben. So, dann wie immer, Geld und Wachstum. Die Schlüsselelemente am Anfang. 5000 brauchen wir in der nächsten Runde, um das abzugraden. Und jetzt bin ich neugierig, aber dann gleich hier um die Ecke kommt. Ist. Ich frage mich, wo die nächste Dunkelfestung ist hier. Müsste wahrscheinlich irgendwo hier hinten sein, oder hier oder so, ne? Äh, ist ein Problem. Der Zwerch. Ich weiß, wie die Skaven hier schon vorgerückt sind. Die sind voll typisch gerannt, Mann. Hälfte. So. Äh, da sind wir noch dran. Super, okay. Dann bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, wenn die hier abgegradet sind, dann können wir vorerst mal den hier rausnehmen, ne? Den wir derzeit drin haben. Einer hat nur vor allem für Chaos-Barbaren, weil das sind ja dann keine Chaos-Barbaren mehr. Das sind ja dann Chaos-Krieger. Haben wir schon was Nützliches nächstes freigeschaltet? Wenn ich wirklich, ne? Das wäre nicht schlecht. Kannst du den Malakai nicht betören? Ich kann alles betören, was elfisch, zwerge-, äh, menschlich, oder Tiermenschen-menschlich ist. Klar, doch. Ja, also, klar doch, im Sinne von, wenn's halt zwergisch ist, geht's halt nicht, zum Beispiel. Da kann ich nichts machen. Ich könnte ihn zwangsunterwerfen, indem wir ihm die letzte Siedlung noch lassen, und dann holen wir den Mann ran. Altar der Brut. Die unverdorbenen Sklaven in der Region der Fraktion Winterzahn leisten Widerstand. Sie wollen sich den dunklen Göttern nicht fügen. Eine rasche Strafe ist vonnöten. Wir schlafen sie alle ab. Wer nicht mehr da ist, der macht auch keinen Ärger mehr. Also, ihn kann ich nicht, ihn, ihn, also, er müsste weg. Wir könnten versuchen, ihn zum Vassal, er ist mit, er ist mit dem Eishof im Krieg. Was ist das für eine Kampagne? Er ist mit dem Eishof im Krieg. Echt jetzt? Maximal dumm. Maximal dumm. Na gut, ähm. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ja, gucken wir mal. Wir brauchen noch 5.000 Kohle. Das heißt, hier versuchen wir noch Geld rauszuholen. Meine Untertanen sind schon schön unterwegs. Sie versuchen die Sachen zu holen, ne? Wie ihr seht, das ist gut. Ja, okay. Mal gucken mal, wer kommt. Den würde ich gerne unterwerfen. In der nächsten Folge werden wir hier den Norden weiterhin vereinen. Ich hab Freunde dran. Lack da lassen, komm mit da lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.